Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Altcoin-Update-Video. Wir werden uns heute Jörn Feinens mal ein bisschen genauer anschauen, nachdem hier ordentlich, ordentlich Bewegung drin war. Es war ein Community-Wunsch von euch, ein bisschen weniger wurde es sich gewünscht, aber aufgrund der aktuellen Ereignisse, die jetzt da vor ein, zwei Tagen passiert sind, wollte ich mir diesen Coin-Update heute mal ein bisschen genauer angucken. Ich mache das auf jeden Fall für euch. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Außerdem gerne, wie gesagt, bei meiner Partnerbörse BingX anmelden. Dort könnt ihr natürlich auch Jörn Feinens traden, kaufen, was auch immer ihr damit machen wollt. Mit dem Link unten in der Videobeschreibung spart ihr außerdem noch 10% auf alle Gebühren und unterstützt damit diesen Kanal. So, jetzt aber rein in die Analyse zu Jörn Feinens. Momentan traden wir bei ungefähr 8500 US-Dollar. Und das bedeutet, wir sind knapp 50% unter unserem Hoch, welches wir erst vor ein paar Tagen, und zwar am 17. November, erreicht haben. Was war da los? Richtig krass, was da innerhalb kürzester Zeit passiert ist. Aber es gab hier wirklich Gerüchte um einen Exit-Scan. Werden wir uns das gleich nochmal ein bisschen genauer angucken. Wenn wir uns mal hier auf CoinMarketCap so den Coin an sich anschauen, der Kursverlauf hier, könnte man wirklich meinen, okay, erst wurde das Ding komplett nach oben hingepumpt und dann von dem Team einfach gedammt, Projekt ist tot. Würde ich jetzt momentan einfach noch nicht so sagen. Es ist ein bisschen zu früh. Wären auch wahrscheinlich falsche Behauptungen, die hier erst einmal getroffen werden. Wir sehen die Total Supply. Es gibt nur 36.647. Die Maximum Supply 36.666. Also wir sind hier schon wirklich. Es kommen nicht mehr viele Token. Deswegen ist auch wahrscheinlich dieser Token bzw. diese Kryptowährung sehr, sehr beliebt. Bei vielen einfach und auch bei sehr, sehr vielen im Portfolio, was ich so mitbekommen habe. Ich muss sagen, ich bin da noch nicht drin. Ich mache jetzt die Analyse hier nur für euch. Aber was ist denn überhaupt passiert? Jörn Finance Token fällt um 43%. Community spekuliert um einen Exit-Betrug. Ja, es ging dann innerhalb kürzester Zeit, wir haben es hier gerade gesehen, am Chart von 15.933 runter innerhalb kürzester Zeit hier auf 8.340. Dann nochmal ein kleinerer Nachverkauf, aber auch perfekt in das Golden Pocket. Also das ist so der erste Faktor. Der Ausverkauf hat ein weiteres Wochenende der Unsicherheit oder Zweifel FAT innerhalb der Krypto-Community ausgelöst. Auf X behaupteten einige Nutzer, dass 50% des Token-Angebots in 10 von Entwicklern kontrollierten Wallets gehalten werden. Etherscan deuteten jedoch darauf hin, dass einige Inhaber Krypto-Exchange-Wallets sein könnten. Also hier schon mal ein bisschen FAT rausgenommen. Ich habe den Dip gekauft, jemand hat 1000 Münzen verkauft. Vielleicht ist das der Grund, warum er massiv gefallen ist. Wir werden sehen. Kommentierte ein Händler auf X. Laut einem anderen Benutzer ist die Preisbewegung von Jörn Finance nach dem Rückgang für einen Exit-Betrug ungewöhnlich. Sieht überhaupt nicht wie ein Rugpoll aus, denn trotz der Zeit, wenn es so viel Verkaufspreis immer noch stabil bei 9K ist, was 80% über seinem Tiefpunkt liegt. Und da ist eben genau dieser Faktor. Es gab eine Menge, Menge News eben über diese möglichen Exit-Scams. Es ging sehr, sehr viel rum am Wochenende. Oh ja, bitte alle verkaufen. Der Move, wenn wir uns das jetzt mal nur charttechnisch einfach alles angucken, auf den ersten Blick möglicherweise Rugpoll. Aber wie oft haben wir nach solchen impulsiven Bewegungen, ich sage nur XRP, ich sage nur Bitcoin-Bullenmarkt, solche Dumps gesehen. Es ist völlig normal, dass der Kurs dann, vielleicht nicht innerhalb von Stunden oder ein, zwei Tagen, aber innerhalb von, ich sage jetzt mal einer Woche, haben wir solche Moves schon gesehen. Und wir sprechen hier von einem Altcoin. Muss man auch nochmal dazu sehen, mit sehr, sehr wenig Token. Wenn hier einer sehr, sehr viele Token hat, kann er diese auch relativ schnell verkaufen. Der Move ging perfekt ins Golden Pocket. Also charttechnisch wirklich perfekt abgeholt. Und jetzt sind wir aber drunter gefallen. Das ist so dieser einzige negative Aspekt, den man hier auf Daily-Sicht sagen will. Jeder, der hier, aber hier unten, und das ist jetzt eben die interessante Zone, über die wir schon des Öfteren gesprochen haben, diese grüne Box wurde eins, zwei, dreimal angelaufen. Hier bei knapp 5000 US-Dollar. Jeder, der hier eingekauft hat, ich nicht, wie gesagt, so ehrlich muss ich sein, habe da nicht eingekauft, weil ich das Projekt einfach zu wenig kenne, müsste hier innerhalb kürzester Zeit 3x gemacht haben. Und immer noch im Plus sein. Und das zwar deutlich. Also Exit-Scam völlig übertrieben meiner Meinung nach. Die Möglichkeit bestünde natürlich. Aber so sieht für mich kein Exit-Scam auch aus. Nur weil wir hier zwischenzeitlich mal 52% runter sind. Mittlerweile haben wir uns hier wiederholt auf 46%. Ist zwar immer noch heftig, trotzdem jeder, der hier unten eingekauft hat, sollte momentan im Plus sein. Jetzt kommen wir aber zur richtigen Analyse. Technisch gesehen, wir haben dieses Abwärtshoch zwar gebrochen, aber für mich das wichtigere Hoch liegt hier oben bei 18.250 US-Dollar. Das haben wir nicht gebrochen, das heißt, wir haben immer noch ein tieferes Hoch gebildet. Hier zwar die Aufwärtsstruktur absolut ersichtbar, dass wir hier langsam, aber sicher in einen Aufwärtstrend kommen. Wir kriegen keine tieferen Tees mehr, das ist alles schön und gut. Das heißt, die Aufwärtsbewegung in dieser Range, die natürlich überaus dermaßen groß ist, also wir sprechen hier von 400% von Unterkante bis zur Oberkante, ist natürlich heftig, aber grundsätzlich eine Aufwärtsbewegung in einem übergeordneten Downtrend. Das muss man aber auch natürlich dazu noch sagen. Also so fair muss man auch sein. Momentan nicht wirklich Neues. Wir müssen, um wirklich bullish zu sein, Richtung 18.400 US-Dollar. Da ein Daily Close drüber oder sogar ein Weekly Close wäre noch besser. Und von hier aus dann, sage ich einfach mal, die Reise nach oben hin fortsetzen. Also so ein Kursverlauf wäre das Bullischste, was passieren könnte. Jetzt kurzfristig müssen wir aber auch noch dazu sagen, wir machen mal ganz kurz den Traders Reality Indikator an. Da sehen wir, okay, Vector Candles haben wir eine noch hier unten. Und das ist eben genau die, wo mich hier noch ein bisschen stört. Ob wir da nochmal runterkommen, sei mal dahingestellt, weil nicht nur wegen der Vector Candle, auch weil wir hier eine Menge Support in dieser Range um das 0.786er haben. Also ich würde momentan sagen, das 0.786er ist wirklich das Beste oder Schlechteste der Gefühle, dass wir hier nochmal runterkommen. Würde sehr, sehr gut passen, weil hier auch noch sehr, sehr viel Liquidität unten eben in diesem Bereich liegt. Und von hier aus könnten wir dann mit einem möglichen doppelten Boden erst einmal die Ineffizienz nach oben hin schließen. Diese Ineffizienz, auch hier ziehen wir uns das FIP-Level von unserem derzeitigen Hoch bis zu unserem Tief, würde uns dann grob bis zum 0.65er, also Golden Pocket, Richtung 12.500 bis knapp 13.000 US-Dollar bringen. Und ihr seht hier, hier oben ist die Ineffizienz oder wäre sie dann gefüllt. Und dann können wir nochmal drüber reden, wie es dann weitergeht. Aber grundsätzlich wäre das jetzt der bullische Fahrplan. Der bearische würde, wie gesagt, hier unten nochmal bedeuten, 6.150, längere Konsolidierung. Die Ineffizienz wäre aber komplett gefüllt, der Vektor wäre gefüllt. Und dann könnten wir über Wochen, Monate möglicherweise dann erst wieder eine Rallye sehen. Eine kurzfristige, impulsive Rallye kriegen wir nur, wenn das 0.786er hält und dann die Rallye ins Golden Pocket oder sogar darüber hinaus fortgeht. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal weg. Was sind Preisziele für einen möglichen Bullrun? Wenn wir diesen hier bekommen und es wirklich keinen Exit-Scan gibt, sei einfach mal dahingestellt. Wie gesagt, dann machen wir es uns wieder einfach. Wir ziehen uns das FIP-Level oder hier ist es schon gezogen, von unserem Alltime-Hyper bei 95.700 US-Dollar bis runter auf 4.000 US-Dollar, wo unser Tief ist. Würde ich jetzt mal behaupten, aufgrund den ganzen Sachen und weil es hier ein Altcoin ist, gehe ich die ganze Sache immer ein bisschen pessimistischer an und gehe davon aus, okay, die 60.000 US-Dollar-Marke wäre im Bereich des Möglichen. Sollte es hier wirklich nicht nur einen Scam halten, dann wären wir hier bei 600 bis 650 Prozent. In einem äußerst bullischen Fall. Projekt läuft, es gibt weiter Fortschritte. Alles läuft gut, der Bullrun geht richtig gut, sind hier bis zu 1.760 Prozent drin, meiner Meinung nach. Das 2.618 und das 3.618, das würde ich wirklich nur als kompletten Hype wirklich darstellen. Also, dass hier wirklich extremer Hype aufkommt über dieses Projekt, das Projekt in aller Munde ist, kann natürlich kommen, dadurch, dass wir hier eine sehr, sehr geringe Supply haben, dass es für viele, viele auch dann wieder interessant ist, wenn, wie gesagt, kein Exit-Scan stattfinden sollte, was ich derzeit einfach nicht glaube. Die News einfach komplett ein bisschen aus dem Hut gegriffen. Chart-technisch ist das alles gut erklärbar, deswegen wäre ich hier einfach vorsichtig. Das sind aber Preisziele, meiner Meinung nach, hier hoch, die erst einmal absolut in meiner Ferne sind. Wichtig ist das Golden Pocket, wäre der erste Step und das zweite Step in Richtung 1.618, wo bis zu 1.700 Prozent drin sind. Aber das ist wirklich, meiner Meinung nach, erst einmal das Maximum für alle, die hier investiert sind. Und ansonsten, für alle, die hier unten rein sind, in diese grüne Box, bei 5.000 US-Dollar, ey, nehmt einfach nochmal Profite. Ihr habt 3x gemacht, chillt euer Leben und dann lasst das Ding einfach bis zum Bullrun laufen. Ihr habt nichts mehr zu verlieren. Für alle, die jetzt nochmal warten, wäre jetzt hier nochmal eine Chance bei 7.500 bis knapp 7.100. Zweite Chance wäre hier bei 6.300 US-Dollar und die dritte hier unten, die Box, bei 5.000 bis knapp 4.000 US-Dollar. Das sind die Zonen für den Bullrun. Die werden interessant. Gerne mal eure Meinung dazu reinschreiben. Seid ihr investiert, seid ihr nicht investiert, sagt ihr, okay, nee, ist Exit-Scam, deswegen bin ich raus. Würde mich mal eure Meinung interessieren. Ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Glocke aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet. Und ja, lasst den Allgäuern ein bisschen ausrasten. Bei diesem Video würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Wir hören uns dann zum nächsten Video wieder, morgen dann. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, stay good.